MEFA. Schalung einfach clever. MEFA ist seit über 50 Jahren Pionier und Impulsgeber der Schalungsbranche. Aus diesem Anspruch heraus entwickeln wir einfach anwendbare Schalungssysteme und suchen kontinuierlich nach besseren Lösungen. Die neue MEFA Deck-Generation ist leichter und ergonomischer. Sie überzeugt mit den bewährten Systemvorteilen der MEFA Deck sowie geringerem Gewicht, Reinigungsfreundlichkeit und optimierten Handlingseigenschaften. Die MEFA Deck ist vielseitig, kompatibel mit den MEFA Traggerüsten und bietet drei Deckenschalmethoden in einem System. Die Fallkopfträgerelementmethode, die Elementmethode und die Haupt- und Nebenträgermethode. Die Element- oder auch E-Methode besteht aus nur zwei Komponenten, den Elementen und den Stützen mit montierten Stützenköpfen. Diese Methode eignet sich dank weniger benötigter Teile optimal für kleinflächige Grundrisse bei einfacher Baustellenlogistik. Für eine kraftschlüssige Verbindung wird der Stützenkopf auf die Stütze gesteckt und mit dem Sicherungsstift arretiert. Dank der cleveren Konstruktion des MEFA Deck-Stützenkopfes erfolgt eine automatische Sicherung der Elemente gegen unbeabsichtigtes Aushängen und Verschieben. Das leichtgängige Gewinde der Eumax-Stützen ermöglicht das einfache und millimetergenaue Einstellen auf die richtige Höhe. Die Elemente können je nach Größe von einer oder zwei Personen von unten in den Stützenkopf eingehängt werden. Mit dem Element 160 x 160 werden große Geschossflächen mit Deckenstärken bis 34 cm bzw. 50 cm bei mittiger Zusatzunterstützung besonders effizient eingeschalt. Denn durch die Größe der Elemente werden rund 40 Prozent weniger Stützen benötigt. Mit dem Montagestab wird das Element hochgeschwenkt und abgestützt. Während die Stütze auf die richtige Höhe eingestellt wird und sich das Element in die Sicherung des Stützenkopfes einklingt. Die notwendige Stabilität für die Stützen bietet das klappbare Dreibein, das mit wenigen Handgriffen an der Stütze befestigt wird. Nach den Betonagearbeiten können diese Arbeitsschritte ganz einfach in umgekehrter Reihenfolge zum Ausschalen ausgeführt werden. MEFA – Schalung einfach clever